Willkommen zu unserem Video, wie ihr Schritt für Schritt einen eigenen Folienmaster in PowerPoint aufbauen könnt. Der Folienmaster ist dafür da, um ein einheitliches Bild bei den ganzen Präsentationen, die ihr im Unternehmen habt oder die ihr selber präsentiert, abzubilden. Und wenn ich jetzt hier auf neue Folien gehe, habe ich auch die Möglichkeit, jede dieser Folien, die wir hier sehen, zu definieren mit einem einheitlichen Bild. Oder ich kann auch nochmal in der Folie selbst verschiedene Abstufungen machen. Gleichzeitig habe ich auch noch die Möglichkeit, wie ihr hier seht, Kategorien anzulegen. In dem Bereich sind quasi nur Bilder existent. Die hier oben sind für die Facette, für das gesamte Design erforderlich. Ich habe auch etwas Spezielles für die Agenda ausgearbeitet. Genauso auch für Abschnitte und Titel. Und wie ihr seht, überall haben wir dieselben Icons, dasselbe Design, dieselbe Schriftart, Farbe. Und das spart natürlich auf lange Sicht sehr viel Zeit. Um so ein Master zu erstellen, braucht man eventuell ein paar Stunden. Aber auf lange Sicht spart euch das hunderte von Stunden. Und wir sind natürlich immer einheitlich unterwegs. Soviel erstmal zum Folienmaster. Wir erstellen zunächst einmal eine neue und leere Präsentation. Und um in den Folienmaster zu gelangen, gehen wir nun auf die Ansicht und haben hier den Folienmaster. Das sind jetzt die ganzen Folien, die uns standardmäßig zur Verfügung gestellt werden. Und hauptsächlich werden wir uns hier in dem Bereich befinden, hier Einstellungen vornehmen. Denn wenn wir die Masterfolie bearbeiten, wird die Einstellung auf alles darunterliegende gezogen. Plus wir können dann auch hier nochmal in den einzelnen Folien ein paar Anpassungen vornehmen. Aber soviel erstmal zum ersten Step. Und wir steigen direkt ein in den ersten Punkt. Und das wäre die Foliengröße zu bestimmen. Das Ganze können wir umsetzen, indem wir im Folienmaster sind. Hier oben sehen wir das Ganze. Und hier haben wir die Foliengröße. Wir können jetzt entscheiden zwischen dem Standard 4 zu 3 oder 16 zu 9. Wir können auch benutzerdefinierte Foliengrößen erstellen. Wenn ihr das unbedingt benötigt. Aber standardmäßig ist eigentlich 16 zu 9. Wenn wir jetzt auf 3 zu 4 gehen, sehen wir, ist das Ganze ein bisschen quadratartig. Wenn wir allerdings auf 16 zu 9 gehen, haben wir hier ein schönes Rechteck. Gerade auch dann, wenn ihr einen Monitor habt, der Full HD oder 4K ist, ist dieses Design sehr schön. Ohne dass ihr dann irgendwelche hässlichen Ränder habt. Aber wenn ihr das gerne wünscht, könnt ihr auch unter benutzerdefinierte Foliengröße etwas auswählen, wo ihr dann auch nochmal ganz klar definieren könnt, welches Format, welche Höhe, welche Breite eure Folie haben soll. Aber standardmäßig lassen wir das Ganze erstmal auf 16 zu 9. Wir starten nun zunächst einmal damit, die Schriftart zu definieren. Das können wir auch hier wieder in der Master-Ansicht. Hier haben wir die Schriftarten. Wie ihr seht, hier oben habe ich auch schon etwas erstellt. Wir wollen das Ganze nun einmal komplett anpassen für diesen Master. Dafür gehen wir hier unten auf Schriftarten anpassen. Und wir haben nun zwei Möglichkeiten, die Schriftarten zu definieren. Einmal für die Überschriften und einmal für den Textkörper. Ich wähle nun hier einmal etwas Exotisches aus, damit wir den Unterschied ein bisschen drastischer sehen können. Und wir benennen das Ganze nun als Master. Wenn ich das nun abspeichere, sehen wir hier oben, die Überschrift hat sich verändert. Auch der Textkörper hat sich verändert. Und das Ganze zieht sich durch, durch den kompletten Master. Und wenn wir die Ansicht jetzt einmal verlassen und sagen, ich möchte etwas Neues anlegen. Hier im ursprünglichen Folienbereich haben wir das Ganze auch. Von daher könnt ihr so schnell und einfach definieren, wie das am Ende ausschauen soll. Wir werden nun aber etwas Vernünftiges definieren. Und zwar möchte ich gerne die Überschrift in Arial haben und den Textkörper entsprechend auch. Arial ist immer eine sehr schöne Standardschrift, die für mich vernünftig und gut ausschaut. Das Ganze werden wir jetzt einmal über Speichern mit dem Master klicken, nun auf Speichern und das Ganze ist nun definiert. Wenn ich auf Schriftarten gehe, sehen wir nun hier auch den Master. Was wir machen könnten, wäre auch hier entsprechend Rechtsklick draufnehmen, sagen Bearbeiten, Löschen für den Master übernehmen. Also auch hier, wenn wir schon verschiedene vordefinierte Schriften erstellt haben, können wir hier auch uns entsprechend aus dem Pool bedienen. So viel erstmal zur Schriftart. Die haben wir nun definiert. Machen wir nun einmal weiter mit den Farben. Denn auch hier habe ich die Möglichkeit, spezielle Farben, ein Farbmuster komplett zu nutzen. Das finden wir auch im Folienmaster im Bereich Farben. Ich habe hier oben auch schon etwas definiert. Was wir nun machen können, ist uns einerseits aus dem Portfolio von Microsoft zu bedienen. Da haben wir hier eine schöne Auswahl. Wir können aber auch Farben selbstständig anpassen. Wenn wir ein Corporal Identity in unserem Unternehmen haben, können wir das hier entsprechend eins zu eins abbilden. Wir können auch, wenn wir jetzt hier drauf gehen, weitere Farben über den Hexwert oder auch hier die verschiedenen Werte, können wir unsere Farben eins zu eins hier eintippen. So, damit auch unser CI komplett abgebildet werden kann. Das Ganze dauert eventuell ein wenig länger. Deswegen nehmen wir jetzt hier einmal den Standard, benennen das Ganze um auf Master. Wenn ich das nun speichere, haben wir auch hier im Farbschema den Master. Auch hier kann ich wieder bearbeiten, löschen, für den Folienmaster übernehmen. Wenn wir verschiedene Farbschemen haben, kann ich auch hier wieder zwischen den einzelnen Farbschemen hin und her wechseln. Vorteil hierbei ist, wenn wir jetzt den Folienmaster verlassen, die Schrift hat das entsprechende Farbschema und auch wenn wir eine Tabelle einfügen. Dafür gehen wir mal auf Einfügen. Wir nehmen uns eine Tabelle und hier haben wir jetzt auch entsprechend unser Farbschema. Hier oben haben wir auch nochmal eine Anpassung und ich könnte auch sagen, Rechtsklick, das soll jetzt mein Farbschema für die Zukunft sein. Also das, was wir eben definiert haben, gibt quasi die Vorauswahl vor, das Vordesign. Und hier können wir auch nochmal individuell entscheiden, welche dieser Tabellen wir übernehmen wollen. Dadurch, dass wir das eben einmal eingerichtet haben, eine neue Tabelle einfügen. Und wie ihr seht, wird das Farbschema übernommen. Möchte ich das Ganze ändern, gehe ich nochmal hier rein und kann sagen, als Standard übernehmen. Und wenn wir nun eine Tabelle bearbeiten, hat sie entsprechend dieses Farbschema. So haben wir jetzt auch wieder eine einfache Möglichkeit geschaffen, bestimmte Farbschemen für unseren kompletten Master zu übernehmen, so dass wir überall dasselbe Farbschema haben und die Farben einheitlich sind und auch unser Corporal Identity gewahrt werden kann. Was wir jetzt nun machen können, damit vereinfachen wir uns auch später die Arbeit ungemein, ist, ich zoome hier einmal ein wenig raus, die Farben, die wir uns jetzt ausgesucht haben, können wir auch über Einfügen und entsprechende Formen hier oben oder auch an der Seite hinterlegen und als Werte ebenfalls eintragen, so dass wir unser Farbschema hier oben an der Seite oder unten angegeben haben. Denn wenn wir in einen Bereich springen und ich möchte jetzt entsprechend eine bestimmte Farbe übernehmen, kann ich über die Pipette gehen, das Ganze hier auswählen und ihr seht, die Farbe passt sich dann entsprechend unserem Wert an. Und damit können wir auch wieder das Design wahren, das Einheitsbild wahren und das Ganze geht auch recht einfach und zügig. Wenn wir dafür in den Folienmaster springen, unter Farben können wir das Ganze hier einmal bearbeiten. Bearbeiten, wir nehmen uns jetzt hier einmal den Akzent Nummer 1, klicken auf weitere Farben, hier unten bekommen wir nun den Hexwert, den kopieren wir einmal heraus, können das Ganze nun beenden, springen hier oben in den Bereich rein, können sagen Füllung, auch hier gehen wir jetzt wieder auf weitere Füllfarben, fügen das Ganze hier unten vorsichtshalber einmal ein. Nun haben wir die Farbe 1 zu 1 abgebildet, können nun den Text bearbeiten, fügen ihn nun hier ein und sind auch schon fertig. Damit haben wir jetzt aber nur eine Farbe geschaffen. Um noch weitere Farben zu schaffen, müssen wir wieder auf Einfügen gehen. Wir nehmen hier unsere Form, fügen sie hier ein. Wir können natürlich auch das existierende Modell einmal kopieren, einfügen. Damit sind wir wahrscheinlich ein bisschen schneller, packen das hier direkt daneben und gehen die Schritte eben durch, die wir schon gesehen haben, bis wir dann wirklich alle Farben hier abgebildet haben. Und das Schöne auch hier dann ist wieder, wenn wir den Folienmaster schließen, wir sehen jetzt hier quasi, bei jeder Folie haben wir hier oben das Farbschema, wenn wir hineinzoomen, verschwindet das auch. Also wir müssen es auch nicht unbedingt permanent sehen. Aber wenn ich jetzt möchte, dass hier ein Text ein bestimmtes Farbschema hat, können wir auch hier wieder auf die Chipette gehen. Ich zoome einmal raus, markiere und schon haben wir den Text in dieser einheitlichen Farbe. Schnell, einfach, unkompliziert, ohne dass wir jedes Mal irgendeinen Hexwert eintragen müssen oder im schlimmsten Fall, dass wir uns hier auch bei weitere Farben irgendwie hier durchmanövrieren müssen, irgendwelche Werte eintragen, was am Ende dann auch nicht wirklich einheitlich ausschaut. Mit der Pipette und den Farbbereichen hier oben seid ihr eigentlich am besten aufgestellt. In der Zwischenzeit habe ich hier oben nochmal die Farbpalette ein wenig erweitert, so dass wir unsere ganzen Akzente hier drin haben. Nun können wir weitermachen und der nächste Step ist, wir gehen über die Ansicht und können dann auch die Führungslinien aktivieren. Gitternetzlinien für die, die es gerne haben möchten, können wir auch aktivieren. Ich möchte es jetzt allerdings nicht. Mit den Führungslinien haben wir die Möglichkeit, unseren Bereich zu zentrieren, so dass wir sagen können, wir haben einen Textkörper, der in einem bestimmten Bereich existent sein soll. Dafür gehen wir einfach auf die rechte Maustaste und können über Raster und Führungslinien vertikale oder horizontale Linien einfügen. Ich möchte jetzt eine vertikale Linie haben, die ist jetzt hier aufgetaucht. Wenn ich jetzt nach links und rechts gehe, kann ich sie entsprechend verschieben. Sie wird immer über einen definierten Wert verschoben. Wenn ich allerdings die Alt-Taste gedrückt halte, das ist jetzt ohne Alt-Taste, die Linie hopst ein wenig. Mit gedrückter Alt-Taste kann ich wirklich den Bereich millimetergenau bewegen. Und was ich nun machen möchte, ist diesen Textkörper möchte ich einmal festlegen, so dass ich dann auch immer weiß, in welchem Bereich mein Text auftauchen darf. Links und rechts haben wir das Ganze nun eingestellt. Was ich jetzt auch noch machen möchte, ist die horizontalen Linien festsetzen. Auch hier werde ich einmal den Textkörper mit den Linien einfangen. Da haben wir den ersten. Nun kommt noch mal die nächste horizontale Linie. Die fassen wir jetzt hier ein. Und nun haben wir das Ganze jetzt auch, wenn ich durch die anderen Folien springe, sehen wir jetzt, dass diese Linien entsprechend hier vorhanden sind. Und ich weiß auf jeder Folie ganz genau, in welchem Bereich mein Textkörper sein soll. Das Ganze können wir natürlich auch für die Fußzeile machen. Sagen wir jetzt, wir wollen später noch mal eine Fußzeile anpassen, kann ich auch hergehen und sagen, so, hier unten in dem Bereich möchte ich die Fußzeile haben. Ich möchte nicht, dass sie über diesen Wert hinausgeht. Dasselbe können wir jetzt auch hier oben machen. Ihr könnt diese Führungslinien quasi dorthin packen, wo ihr sie benötigt. Den Bereich, den ihr bearbeiten möchtet, mit einer bestimmten Überschrift, mit einem bestimmten Text oder auch Bildern, könnt ihr quasi definieren, wie ihr es möchtet. Die Führungslinien können wir über die Ansicht ganz einfach aktivieren und deaktivieren, wenn wir sie brauchen oder wenn wir sie nicht brauchen. Da wir nun über die Fußzeile gesprochen haben, gehen wir jetzt einmal her und erstellen diese Fußzeile. Und zwar werde ich das Ganze jetzt mal ein wenig knalliger machen, damit ihr dann auch den Effekt sehen könnt. Als erstes gehen wir her und suchen uns hier einmal eine Formel aus. Zuvor brauche ich nochmal eben unsere Führungslinien und definiere hier unten in dem Bereich, den wir eben abgesteckt haben. Einmal ein Kästchen. Das Ganze möchte ich leicht gräulich haben. Konturen brauchen wir in unserem Fall nicht. Jetzt sehen wir allerdings, dass dieses Feld im Vordergrund ist. Das möchte ich natürlich nicht haben. Deswegen einmal Rechtsklick und in den Hintergrund. Hier unten können wir es eine Ebene in den Hintergrund schieben. Ich möchte es aber komplett in den Hintergrund packen. Dadurch bekommen wir jetzt hier auch wieder unsere vordefinierten Felder angezeigt. Als nächstes möchte ich über Einfügen Bilder ein Bild von unserem Gerät auswählen und wähle hier nun einmal das Logo aus. Das kann ich jetzt natürlich auch platzieren, wo ich möchte. Wir sehen jetzt hier auch im Folienmaster, dass das Ganze übernommen wurde. Ich wollte es eigentlich unten in die Fußzeile packen, aber hier oben gefällt mir das eigentlich ganz gut. Was wir jetzt machen können ist, ich werde das einmal kopieren und dann machen wir es einfach doppelt. Einmal in die obere rechte Ecke und einmal unten links. Zusätzlich haben wir hier unten auch noch die Möglichkeit, diese Bereiche zu bearbeiten. Ich klicke einmal hier hinein. Genau aus dem Grund, weil ich es dann ein wenig einfacher verschieben kann. Und nun machen wir einmal folgendes. Die Nummerierung möchte ich ein wenig kleiner haben und hier unten rechts reinpacken. Dadurch, dass wir den unteren Bereich mit Linien versehen haben, sehen wir jetzt hier auch schön, wann etwas mittig ist. Dann haben wir hier den Punkt Fußzeile. Die möchte ich nun genau hier haben und könnte jetzt hier auch den Namen unseres Unternehmens eintragen. Diese mittige Ausrichtung gefällt mir nicht. Deswegen mache ich das einmal linksbündig und das Datum können wir dann hier auch noch mal hin verschieben und haben nun unser Layout definiert. Wir haben nun unsere Fußzeile definiert und sie ist fertig. Im linken Bereich sehen wir auch, dass das für die anderen Folien mittlerweile übernommen wurde. Allerdings die Befüllung dieser Information, die hier drin steht, passiert nicht hier im Folienmaster, sondern wir springen einmal hier hinaus, sind nun in der normalen Übersicht. Ich werde jetzt auch noch mal ein paar andere Folien hinterlegen. Unten die Daten sind noch nicht vorhanden. Das Ganze machen wir jetzt über Einfügen, Kopf- und Fußzeile und hier kann ich nun entscheiden, was ich haben möchte. Möchte ich das Datum haben, automatisch generiert oder vielleicht statisch? Möchte ich eine Foliennummer haben? Möchte ich auf der Titelseite keine Kopf- und Fußzeile haben? Wenn ich das Ganze so weit eingestellt habe, drücke ich einfach Übernehmen für alle und sehe nun, dass hier unten die Daten auf den einzelnen Folien übernommen wurden und uns nun auch angezeigt werden. Der nächste Step, den wir machen, ist einmal das Design hier innerhalb zu verändern. Dafür springen wir wieder in unseren Folien-Master und nun können wir hergehen. Hier sind wir in der Hauptübersicht und entscheiden, wie soll denn der Kopfbereich ausschauen. Ich möchte jetzt hier in dem Fall das Ganze ein wenig verkleinern, markiere den kompletten Bereich und sage, die Überschrift möchte ich nun gerne in einer von uns definierten Farbe haben. In dem Fall ist es hier unser Blau und was wir auch machen können, ist hier in dem Bereich der kleine Fall, der nach unten rechts zeigt, können wir auch noch mal ein bisschen was definieren. Ich möchte das alles in Großbuchstaben haben. Nun habe ich hier meine Definition erstellt. Wir sehen, dass das für die entsprechenden Folien mit übernommen wurde. Allerdings, dieser Kopfbereich wurde nur für die Folien übernommen, wo der Kopfbereich auch ansatzweise gleich ist. So wie jetzt in dem Bereich und hier wurde das nicht übernommen. Das machen wir dann gleich auch noch mal. Denn als nächstes möchte ich hier unseren Textbereich einstellen. Er ist jetzt nun an unsere Führungslinien angepasst. Ich könnte das Ganze aber auch noch anders einstellen. Und zwar möchte ich den ersten Text oberhalb unserer Führungslinie haben. Und was wir hier auch noch machen können, ist, ich markiere das Ganze einmal. Wir können jetzt hier auch ebenfalls wieder eine neue Farbe auswählen. Nehmen wir jetzt hier einfach mal Orange. Wir sehen, dass das für den kompletten Folienmaster übernommen wird. Also das funktioniert wunderbar. Ich möchte es jetzt allerdings in Schwarz haben. Allerdings finde ich die Aufzählungszeichen nicht ganz so gut. Deswegen nehmen wir uns einfach mal diese hier. Und auch hier können wir über den Absatz wieder Definition vornehmen. Ich möchte nun zum Beispiel auch den Abstand ein wenig größer haben. Nun haben wir hier auch einen größeren Abstand zwischen den Aufzählungszeichen und dem Text. Das Ganze ist mir jetzt allerdings ein wenig zu groß geworden. Deswegen gehen wir mal auf 0,8 zurück. Wir können auch noch den Absatz einstellen, definieren. Also so wie das Ganze hier ausschauen soll, können wir komplett benutzerdefiniert einstellen. Auch der Absatz zwischen den ganzen Texten. Also wenn ihr da bestimmte Vorstellungen habt, könnt ihr das hier eins zu eins so umsetzen. Nun möchte ich aber auch einmal hergehen und sagen, unsere Titelfolie gefällt mir so noch nicht ganz so gut. Ich möchte hier nun das Ganze oberhalb der Führungslinie haben und die Untertitel möchte ich eher mittig haben in unserer Führungslinie. Ich kann das Ganze nun hier einstellen. Wenn ich nun sage, auf dieser Seite möchte ich das nun ein wenig anders haben, das ist auch kein Problem. Wir gehen einmal hier hinein und sagen, hier soll das in einer anderen Farbe sein. Dadurch, dass ich jetzt hier in einer Folie unterwegs bin und nicht im Hauptfolienmaster, wird das Design, was ich hier erstelle, nicht für alle Folien übernommen, sondern in dem Fall nur für unsere Titelfolie. Also wenn ihr da Anpassungen vornehmen wollt für einzelne Folien, können wir das auch einfach und bequem hierüber machen. Wir machen noch einmal eben den Gegencheck und zwar verlassen wir den Folienmaster und sehen, wenn wir uns jetzt hier durchklicken, dass sich hier schon was verändert hat. Wenn ich nun die Titelfolie auswähle, haben wir hier das Rot, was wir eben eingestellt haben. Wenn ich allerdings Inhalt plus Text auswähle, sehen wir, dass wir hier die Großbuchstaben haben, die Farbe Blau und auch unsere Aufzählungszeichen so ausschauen, wie das, was wir eben eingestellt haben. Also unsere Einstellungen wurden übernommen und sind genauso angepasst, wie wir es definiert haben. Nun können wir weitergehen und sagen, wir möchten wieder in unseren Folienmaster und wir können damit beginnen, das, was uns PowerPoint hier vordefiniert hat, ein wenig zu bearbeiten. Denn, wenn wir jetzt hier einmal mit der Maus drüber hofern, sehen wir, dass das hier die Titelfolie ist. Danach haben wir Inhalt und Text. Wir haben eine Abschnittsübersicht. Wir haben hier sehr viele Designs vordefiniert und können nun entscheiden, brauchen wir sie, brauchen wir sie nicht oder wollen wir sie vielleicht auch neu positionieren oder umbenennen. Mit einem Rechtsklick da drauf haben wir die Möglichkeit, das Layout zu duplizieren, zu löschen oder umzubenennen. Wir gehen einmal auf umbenennen, haben hier Titelfolie, ja, das passt. Als nächstes haben wir ein Layout Titel und Inhalt, passt auch. So können wir jetzt quasi hier einmal komplett durchgehen. Wir sehen jetzt hier allerdings haben wir auch ein Zwei-Inhalte-Layout und auch ein Vergleichsinhalt. Wenn wir jetzt hier mal eben schauen, wir haben hier den einzigen Unterschied, hier haben wir nochmal so eine kleine Überschrift. Das brauche ich jetzt nicht, deswegen lösche ich dieses Layout einmal. Wir haben hier nur einen Titel, wir haben eine leere Seite, hier unten haben wir auch noch so ein paar schräge Sachen, die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, deswegen lösche ich sie, ich kann sie auch einfach nur mit der Entfernen-Taste löschen. was mir jetzt hier noch fehlt, wäre zum Beispiel so eine Art Agenda oder auch eine Folie, wo man die Präsentatoren einmal kurz vorstellt. Dafür können wir jetzt hier einmal mit einem Rechtsklick reingehen, sagen Layout einfügen, bekommen dann hier eine ziemlich blanke Seite und können diese jetzt einmal komplett bearbeiten. Vorher benennen wir das Ganze noch einmal um, ich nenne das jetzt Agenda, wir speichern das Ganze ab, können dann auch hier gleich in den Kopf hineingehen und sagen, wir nennen das Ganze Agenda, wir haben jetzt hier nur eine Überschrift, deswegen ist der nächste Step, dass wir einmal ein Textfeld einfügen, das passe ich jetzt hier an unsere Führungslinien an und kann nun sagen zum Beispiel erster Punkt nun gehe ich her, kopiere das Ganze, füge es ein und kann es hier dann quasi auch publizieren mit der Anzahl an Punkten die ich brauche, wir können das Ganze natürlich dann auch hier nochmal entsprechend ausrichten, dass das dann auch bündig ist, überall dieselben Abstände herrschen und im Endeffekt auch so anpassen, wie wir das Ganze gerne hätten, in dem Fall reicht uns das Ganze hier auch schon aus, wir nehmen hier einmal den Punkt 2 auf, dann haben wir Punkt 3, den vierten Agenda-Punkt und den fünften, das sollte auch soweit reichen, was mir jetzt hier noch fehlt ist im rechten Bereich ein kleines Bild, auch hier können wir wieder über einfügen und Bild gehen, nun haben wir jetzt ein sehr mächtiges Bild erhalten, das Ganze möchte ich natürlich ein wenig kleiner haben, hier in dem Bereich positionieren, nun ein wenig Strecken aber auch hier bündig mit dieser Führungslinie haben, das Ganze positionieren wir nochmal ein wenig um und schneiden das Ganze jetzt einmal zu, an dieser Seite schneiden wir den Rand hinaus und auf dieser Seite auch so, dass es für uns quasi passt und nun haben wir hier das Bild eingefügt das geht später mit Bild Platzhaltern deutlich einfacher schauen wir uns auch gleich einmal an aber so können wir jetzt hergehen und das Design verschiedener Folien neu erstellen oder umdefinieren so, dass ihr dann quasi auch das Grundelement aus dem Folien Master übernehmt aber dann auch nochmal die Flexibilität habt jede einzelne Folie die ihr benötigt oder eben nicht benötigt bearbeitet entfernt oder auch umkopiert verschiebt hier können wir zum Beispiel auch die Agenda Folie einmal kopieren und neu einfügen dann bekommen wir sie nochmal können sie jetzt auch in der Position verschieben da wo sie hingehört oder wenn wir sie nicht brauchen löschen wir sie einfach auf dem selben Wege würde ich jetzt auch her gehen und über die Agenda nochmal eine Folie packen wo ich meine Mitarbeiter mein Team oder auch mich selbst vorstelle damit die Leute bei der Präsentation auch ganz genau wissen wer präsentiert ihnen da überhaupt was wer sind die Personen und wie kann ich sie eventuell auch kontaktieren und erreichen da wir eben schon über die Bild Platzhalter gesprochen haben werden wir uns das auch gleich nochmal anschauen doch zuvor möchte ich mit euch noch etwas anderes besprechen denn wenn wir jetzt einmal in die Hauptübersicht gehen und sagen neue Folien haben wir jetzt hier eine kleine Auswahl von Folien wenn wir jetzt allerdings ein Master haben der deutlich mehr Folien beinhält kann natürlich die Übersicht verloren gehen und hier oben sehen wir zum Beispiel auch das Wort Office diese Designvorlagen haben jetzt das Thema Office hier soll für mich zum Beispiel das Bild nicht dominieren sondern der Text und wenn wir jetzt hier einmal schauen Bild mit Überschrift das hätte ich gern in einer anderen Kategorie das können wir auch einfach umsetzen haben wir auch am Anfang schon gesehen dafür springen wir einmal in den Folien Master und hier oben haben wir unseren Folien Master können zum Beispiel auch ein Rechtsklick machen und sagen Master umbenennen hier haben wir das ich nenne es einfach mal Texte als nächstes kopiere ich diesen Folien Master weil wir hier auch schon Definition vorgenommen haben sei es jetzt die Fußzeile oder die ganzen Farbschemen hier unser Icon damit ich das nicht nochmal neu machen muss kopiere ich ihn einfach und füge ihn unten ein jetzt habe ich quasi den Folien Master den wir oben erstellt haben dupliziert und werde hier auch dafür muss ich den noch einmal anklicken rechts klick Master umbenennen und das ganze nennen wir jetzt Bilder ich klicke auf umbenennen wir haben nun zwei Folien Master wenn wir nochmal zurück gehen und sagen neue Folien haben wir hier oben die Texte hier unten die Bilder aktuell sind die noch identisch das werden wir jetzt einmal ändern wir springen zurück in unseren Folien Master hier oben sollen die Texte dominieren und abgesehen von dieser einen Folie stimmt das auch deswegen löschen wir dieses Bild hier einmal heraus und hier unten machen wir genau den anderen Schritt wir löschen alles was Texte sind einfach heraus und sind nun auch schon fertig was wir jetzt auch noch machen könnten wäre die Folien zwischen den Master hin und her verschieben das funktioniert auch hier haben wir nun eine Folie wo wir ein Bild hinein ziehen können so wie wir es auch gerne möchten ich möchte jetzt im nächsten step einmal ein weiteres layout einfügen wir können natürlich auch hier oben über layout einfügen gehen haben jetzt hier quasi ein blanco erhalten und nun möchte ich einmal hergehen und erst einmal das ganze hier löschen zusätzlich möchte ich auch nochmal bei meinen bildern das Logo nicht mit drin haben weil wir nun einmal folgendes machen und zwar wir werden jetzt zwei bildplatz halter einfügen einmal ein einfaches und simples und dann nochmal die möglichkeit zeigen was ihr da zusätzlich noch machen könnt für für das einfache gehen wir jetzt her und haben im folien master den punkt platz halter einfügen und hier suchen wir uns einmal das bild heraus können nun unseren bereich auswählen automatisch wird jetzt hier auch schon ausgewählt bild konturen möchte haben zusätzlich möchte ich auch noch die ausrichtung in der mitte haben und sage nun hier bild einfügen nun weiß jeder was zu tun ist und der vorteil bei dieser variation ist nun folgender wir gehen zurück in die ansicht springen in unsere normale ansicht und können nun eine neue folie erstellen das ganze sollten wir natürlich hier drüber machen wir haben hier unser benutzer definiertes layout können nun her gehen in die mitte klicken uns ein bild aussuchen ich nehme jetzt einmal das 4k bild weil das deutlich größer ist wähle es aus und es wird automatisch angepasst dadurch dass es 4k ist habe ich hier natürlich unschöne ränder die ich dann über das zuschneiden nochmal ein wenig verändern könnte wenn ich es denn möchte zusätzlich haben wir jetzt hier auch wieder unsere fußzeile drin und der vorteil dieser variante im vergleich zu einer anderen ist wenn ich nun hier in dem bereich gehe und sage ich möchte jetzt hier ein bild haben kann ich das ganze natürlich auch über einfügen bilder aus diesem gerät machen wir suchen uns einmal dasselbe bild aus das ist jetzt auf die ganze seite gemünzt und jetzt muss ich wieder über zuschneiden hergehen das ganze hier einmal entsprechend so anpassen dass die fußzeile nicht verschwindet müsste das dann eventuell auch nochmal in der größe variieren und könnte dann hier auch nochmal entscheiden wie das ganze auszusehen hat ich muss es immer wieder verschieben damit ich dann entsprechend den richtigen ausschnitt die richtigen proportion habe über den bildplatz halter kriegen wir das alles deutlich schneller und einfacher hin das war jetzt allerdings die einfache variante wir können wieder zurückspringen in den folien master das erste was wir jetzt hier machen ist einmal das layout umbenennen und sagen bild ganze seite wir benennen es um hier oben haben wir noch eine zusätzliche variante und können nun einmal den bild platz halter den wir eben über den standard eingefügt haben noch mal ein wenig anders anpassen so dass wir vielleicht kein quadratisches oder rechteckiges element haben sondern eine form die vielleicht nicht unbedingt naturell ist dafür gehen wir zunächst einmal wieder über den folien master bildplatz halter einfügen wir suchen uns das bild aus setzen hier den bereich was wir nun machen können ist hier oben links wenn wir im form format sind sagen form bearbeiten und uns hier ein anderes element aussuchen nehmen wir jetzt hier einmal ein fünfeck wenn ich jetzt hier einmal raus klicke sehen wir dass die form auf jeden fall anders ausschaut wir springen einmal zurück in die normale ansicht sagen neue folie hier oben haben wir jetzt die bilder und haben jetzt hier unser etwas exoterisches format klicken hier drauf suchen uns wieder dasselbe bild aus und das bild wird entsprechend angepasst über zuschneiden können wir jetzt auch noch die position ein wenig verändern und das quasi so anpassen wie wir es gerne hätten wir können es auch wieder in der größe verändern wenn wenn wir raus klicken ist das jetzt angepasst das ist jetzt aber auch noch nicht so spektakulär ich gehe wieder über die ansicht in den folien master denn wir können jetzt auch folgendes machen ich gehe wieder über den bildplatz halter füge hier nochmal ein zusätzliches bild ein jetzt haben wir hier zwei verschiedene bildplatz halter die ein wenig übereinander gelappt sind dieser bildplatz halter ist markiert ich drücke die strg taste halte sie gedrückt wähle auch noch das andere element aus jetzt haben wir beide elemente ausgewählt und können jetzt sagen hier oben links haben wir es formen zusammenführen und wenn ich drüber gehe kann ich das ganze vereinen dann haben wir eine neue übersicht ich kann es kombinieren in einzelne formen kombinieren ich kann die schnittmenge bilden ich kann verschiedene dinge machen wir wollen es jetzt aber einmal vereinen nun passt mir jetzt hier die übersicht mit dem bild noch nicht so genau wir gehen wieder auf start packen das in die mitte machen die text aus richtung mittig nennen das ganze bild vorne die markierung möchte ich nicht haben lösche sie einmal raus und nun haben wir hier wieder eine neue form wir verlassen unseren folien master einmal wieder sind jetzt hier in unserem bereich das war jetzt natürlich die falsche folie wir sagen folie hinzufügen hier haben wir unser benutzer definiertes format ich klicke einmal hier hinein wir wählen wieder unser standard bild und sehen dass die form nun so ausschaut wie wir sie eben definiert haben das ganze können wir jetzt natürlich beliebig spinnen ich kann das ganze hier auch noch mal ein bisschen minimieren und sagen zusätzlich zu dem bildplatzhalter möchte ich auch noch ein text platzhalter haben wir definieren hier den bereich und haben jetzt quasi hier ein text so haben wir jetzt einmal links das bild was wir ein wenig angepasst haben und rechts den text und können das jetzt auch noch mal über layout umbenennen bild links und text rechts speichern das ganze und nun haben wir hier das ganze erstellt was wir jetzt auch machen können ist wenn ich den text nicht haben möchte wir gehen wieder in unser standard bild format und können jetzt natürlich auch weiter spinnen und sagen ich möchte hier ein bild haben packen das wieder hier drauf wählen unsere elemente aus vereinen das ganze und haben hier wieder ein neues konstrukt was wir allerdings auch machen können ist das ganze freihand zu zeichnen dafür gehen wir dann hier oben auf einfügen haben hier oben unsere formen und hier unten haben wir so eine wellen linie und können nun mit unserem stift anfangen hier irgendwas zu zeichnen das passt jetzt soweit wir springen wieder zurück in unseren folien master kombinieren das ganze gehen über form format und können hier auch wieder eine vereinigung durchführen und nun haben wir jetzt hier einmal ein schönes rechteck plus diese handgemachte skizze wir können also entweder die einfache form wählen indem wir sagen einfügen dann formen hier haben wir natürlich verschiedene formen die wir nutzen können diese können wir miteinander kombinieren oder wir sagen sogar wir gehen freihand zeichnen uns etwas zurecht können das ganze dann kombinieren für diejenigen die experimentierfreudig sind die haben dann auch die möglichkeit über form zusammenführen entweder das ganze zu kombinieren die schnittmenge zu bilden also wir können wirklich sehr kuriose und komplexe formen bilden so dass dann quasi später wenn ihr damit fertig seid euer bild automatisch an die form angepasst ist die ihr hier ausgewählt habt plus wir können hier natürlich auch die größe anpassen so dass das dann auch entsprechend auf unserer folie komplett überlappt im hintergrund können wir noch andere farben einfügen ihr habt auch die möglichkeit das ganze mit texten zu kombinieren so dass ihr quasi eure wünsche eure vorstellungen wirklich eins zu eins abbilden könnt und der vorteil ist durch einen einfachen klick auf diese folie werdet ihr das bild ohne weiteres einfügen können müsst dann vielleicht noch mal ein bisschen zentrieren aber spart hier auch wieder ordentlich an zeit und natürlich dann auch an nerven als nächstes schauen wir uns einen bereich an der gerne im folien master vernachlässigt wird und zwar können wir über die ansicht auch handzettel und ein notiz master erstellen wenn wir jetzt einmal auf die handzettel gehen sehen wir auch dass hier ein neues design geöffnet wird und auch hier können wir wieder die kopfzeile bearbeiten die fußzeile bearbeiten vergleichbar mit dem was wir schon gesehen haben wir gehen einmal über einfügen das werden wir jetzt nicht so komplex machen weil wir uns ja auch schon vieles angesehen haben von diesem gerät wir suchen uns wieder unser logo aus das möchte ich unbedingt drinnen haben können das ganz sich hier nochmal anpassen als nächstes sagen wir einfügen Text Feld tragen hier auch nochmal ein Text ein und sind dann quasi eigentlich auch schon fast fertig hier oben über Handzettel haben wir dann auch noch die Möglichkeit Farben Schriftarten und so weiter zu kombinieren wir schließen das Ganze jetzt einmal sagen Datei drucken und hier haben wir nun die Möglichkeit auch zu sagen wo haben wir ihn denn da haben wir es wir haben jetzt hier unseren Handzettel mit dem Text den wir definiert haben mit unserem Icon und den entsprechenden Folien die wir erstellt haben dasselbe funktioniert auch so für den Notizzettel also wenn ihr irgendwann in der Zukunft mal solche Hand oder Notizzettel benötigt vergesst bitte auch nicht den Master entsprechend anzupassen wenn das für euch wichtig und relevant sein sollte ganz zum Schluss habe ich auch noch mal was für euch haben wir am Anfang auch schon einmal leicht gesehen werden wir uns jetzt aber noch mal explizit anschauen dafür nehmen wir uns hier eine leere Seite und brauchen einmal die Führungslinien nicht mehr denn über Einfügen haben wir natürlich die Möglichkeit Linien Formen oder auch Tabellen einzufügen und wenn wenn ich das mache im Standard sieht das Ganze so aus würde jetzt für mich passen aber wenn ihr das anpassen möchtet könnt ihr das Ganze natürlich auch tun wir gehen einmal über Start und können hier zunächst einmal die Füllung verändern nehmen wir hier mal ein leichtes Grau wir können auch die Konturen mal ein wenig knalliger machen damit ihr dann auch den Unterschied seht das Ganze machen wir jetzt so tragen hier ein Text ein der ist im Standard weiß den möchte ich aber rot haben und wenn ihr jetzt möchtet dass das euer Standard ist geben wir jetzt hier einfach mal mit Rechtsklick drauf sagen Standard Form festlegen und wenn wir das gemacht haben greift das jetzt nicht nur für diese Form sondern ich nehme mal eine andere Form und wir sehen dieser Pfeil sieht jetzt wie eben schon gesagt funktioniert das nicht nur für die Formen sondern ich nehme jetzt hier einfach mal eine Linie füge sie hier ein gehe dann über Form formatieren bin jetzt hier auch schon direkt in dem Bereich wo ich rein möchte und kann jetzt auch sagen dieser Pfeil soll grün sein wir ein wenig kräftiger haben zwei Punkte kann ihn hier bearbeiten wie ich es gerne möchte und auch hier machen wir dann den Rechtsklick als Standardlinie festlegen hier oben in dem Bereich können wir das natürlich auch machen gehe wieder über einfügen Form nehmen wir jetzt hier mal diese einfache Linie und sie sieht entsprechend genauso aus das Ganze können wir auch wie eingangs erwähnt auch für die Tabelle machen wir fügen uns hier einmal eine Tabelle ein hier oben über den Standard können wir uns nun ein neues Design auswählen und auch hier wieder mit einem Rechtsklick als Standard festlegen machen und wenn ich nun eine neue Tabelle einfüge dann sieht sie auch entsprechend so aus wie wir sie eben definiert haben das Ganze funktioniert aber außerhalb des Folien Masters so dass ihr dann auch innerhalb eurer Tabelle immer dieselben Elemente und Formen habt so wie ihr sie definieren möchtet und wie sie dann auch dem Stil eurer Präsentation entsprechen das das war es jetzt zu dem Punkt Folien Master wie bearbeite ich ihn Schritt für Schritt das Ganze war natürlich ein Schnelldurchlauf wenn man sich ein wenig Zeit nimmt kann man hier wirklich wunderbare Folien Master erstellen so dass sie euer Corporal Identity beinhalten euren Stil beinhalten und natürlich auch für jeden Mitarbeiter und jeden Team Kollegen genutzt werden können so dass ihr immer einheitliche Folien habt mit einheitlichem Design mit einheitlichen Logos Texten Schriftarten Schriftform und das Ganze spart euch auf die nächsten Wochen Monate und Jahre sehr sehr viele Stunden aber ihr müsst wirklich einmal ein paar Stunden investieren um das vernünftig und sauber aufzubauen aber auf lange Sicht spart ihr wirklich enorme Zeit sind Untertitelung. BR 2018